Mesdames, Messieurs, Willkommen zurück in die Industrie de Vlind, 13. Vario, wir werden für die Industrie de Vlind. Ja, wir haben 18.000. Warum? Weil ich die Gütegrube bei uns verkauft habe, weil wir die nicht brauchen, weil ja beim Star eigentlich einer dabei war. Die hätte ich schon viel früher verkaufen sollen, weil da hätte es ja auch noch mehr Pracht. Sepp, das geht da ab. Feiles Haare. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen Geld gehabt, natürlich. Das heißt, wir werden jetzt überlegen, was jetzt zu tun ist. Echt Gruben und Ansender, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nehme ich gleich. Gut. Dann holen wir uns den Affen mit dem Pferd runter. Muss aber noch den Saatgut und so haben. Gut. 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 Das war's für heute. 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 Hohe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Basta. Das ist so eng, gell? Und der Ton hinterherkommt nicht. So, wieder ein Teil geschafft. Na gut, jetzt können wir das Feld angesehen und dann sind wir schon wieder durch im ersten. Wann bräuchten wir eigentlich nur den Häcksler? Jetzt ist die Frage, mieten wir uns an einen Häcksler? Kaufen wir uns dieses Anbaustück, was ich gesagt habe? Schauen wir uns das mal kurz an. Bleiben wir den Gruber da hin. Und das war's, dann fällt mir auch fertig schon. Schauen wir uns das ganz schnell noch an. Oder ich schau mir das alleine an, Leute. Da wollen wir ja nicht jetzt dazu. Ich würde das nur durchlesen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.